Einen wunderschönen guten Morgen! Ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börser gemeinsam mit XTB. Heute ist Donnerstag, der 24. August 2023 und wir wollen uns natürlich gemeinsam einen Blick gönnen auf die NVIDIA Earnings, die wieder crushing waren. Gap Up auf der Oberseite kristallisiert sich derzeit heraus, gestern danach plötzlich fast 10% auf der Oberseite. Also zieht mich genau in dem Bereich, den wir thematisiert hatten, gestern hier kurz jedenfalls. Ich hatte es nicht explizit erwähnt gehabt, wir hatten keinen Blick auf die Aktie geworfen, aber es war zumindest mal so, dass wir sagten, 10% Moves sind wahrscheinlich. Und die haben wir zu sehen bekommen. Wir haben nicht alle Aufschläge halten können, aber dennoch im Bereich oberhalb von 500 uns stabilisieren. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist zum einen, was bedeutet das jetzt vielleicht auch für längerfristige Investments, aber auch, was können wir tradingtechnisch daraus für den heutigen Tag machen? Und in wenigen Minuten werden wir genau auf diese Details, auf diese Fragen mal entsprechende Antworten liefern, beziehungsweise ich meine. Bevor wir beginnen, ganz offiziell allerdings der Blick zunächst auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren und sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstellt man ein persönliches Risikofil und oder lasst ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xcb.com.de kostenlos eine Demo herunter, testet den Handel risikofrei, schaut, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann. Hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen verstehen Sie sich und weiß auf xcb.com.de. Darum hinausgehend gerne den deutschsprachigen Kundensupport kontaktieren für Fragen rund zur Kontoeröffnung, zur Plattform, zur X-Station, auf die wir gleich noch einen Blick werfen wollen, natürlich zur Produktpalette etc. Gerne, wie gesagt, den Kundensupport kontaktieren. In persönlicher Angelegenheit, in Anführungsstrichen, das, was ich jetzt hier im Folgenden präsentiere, sind meine Gedanken. Es ist bitte nicht als Anlageempfehlung misszuverstehen, es ist rein edukativ, rein informativ. Ich bin gerne bereit, auch Fragen zu beantworten, in dem Fall jetzt hier bei YouTube in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Gerne auch dann morgen aufgreifen, ja klar, Freitag beispielsweise. Aber bitte, wie gesagt, nichts in irgendeiner Form als Anlageempfehlung hier an dieser Stelle missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails von xcb. Wenn man, wie gesagt, den Kundensupport telefonisch erreichen möchte oder per Mail zu xcb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr in der Mitte aufgelistet. Und ein Grund mit Sicherheit, die X-Station und genau auf diese wollen wir jetzt an dieser Stelle hier einen Blick werfen und gleich einen Blick werfen auf den Nvidia-Chart. Nvidia extrem stark in diese Earnings reingekommen, das kann man hier sehen. Das ist jetzt die reine Kasse, das heißt also, die fängt noch in keinerlei Form die Price-Action, die dann erst dann nachbörslich stattgefunden hat, in irgendeiner Weise ein. Wir sahen ein Spike, ich habe da oben mal eine schwarz gestrichelte Linie eingepflegt, um zu zeigen, wo wir jetzt derzeit handeln. Wir könnten das Ganze auch noch ein bisschen erweitern, in Anführungsstrichen, und würden ungefähr in den Bereich um 5,20 gehen. Das ist, naja, müh tiefer vielleicht. Müh tiefer. Das war so ungefähr der Bereich, in dem wir liefen und in dem wir dann entsprechend eben konsolidierten. Gestern in diese Earnings hinein. Und wie gesagt, die waren crushing, die waren richtig stark. Ich habe die hier einmal bei Twitter vorbereitet, einfach für einen Überblick, wo wir stehen und auch, was mit crushing gemeint ist. Also wir haben hier keinen Penny-Stock oder dergleichen oder irgendwie eine Aktie, die noch im Wachstumsmodus ist oder im Aufbau ist. Es ist ein Blue Chip, eine Blue Chip-Company. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 1,13 Billionen US-Dollar. Tagestern zum Schluss hat sich jetzt nochmal dann entsprechend eben erweitert um 50 Milliarden auf der Oberseite, in Anführungsstrichen. Wir sind jetzt bei einem Grund 1,2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Und solche Bewegungen, solche Wachstumsaussichten, die hier in Aussicht gestellt werden, die sind aberwitzig von fast teilweise. Und sie sorgen auch vor allem dafür, dass vielleicht ganz kurz vorab gesagt, ihr werdet an einer anderen Stelle mal über den einen oder anderen Investor-Analysten oder dergleichen jetzt stolpern, von fundamentalen Analysten, die eine Firma wie Nvidia im Bereich, im Wachstumssegment, künstliche Intelligenz ganz besonders, in dem wir uns hier befinden, eben mit klassischen Methoden herangehen und entsprechend auch die Kursniveaus und die Marktkapitalisierung thematisieren. Also ganz besonders die Kursniveaus, das Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel ins Feld führen. Nvidia ist kein klassischer Value-Titel, jedenfalls nicht mehr. Man wäre vielleicht geneigt gewesen, in dem Bereich Value Nvidia einzuordnen, sofern es überhaupt möglich ist, im Bereich Halbleiter Chips an dieser Stelle. Aber durch die Spielwiese, künstliche Intelligenz an dieser Stelle, das ist ein Wachstumsmarkt. Wir können nicht wirklich sagen, welche Wachstumsaussichten stehen hier. Also das heißt, wie viel Geld kann man potenziell verdienen? Ist das aktuell noch unterbewertet? Haben wir noch massives Aufwärtspotenzial oder ist das bereits schon überbewertet? Wir haben keine Ahnung, wie das einzuordnen ist. Das ist ein klassischer Wachstumsmarkt. In dem Fall wird Nvidia jetzt zu einem Wachstumstitel, das mag absurd anmuten, Marktkapitalisierung von einer Billion, aber ja, ist halt so. Und demnach wirst du mit klassischen Herangehensweisen jetzt im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wirklich eine Einschätzung zur Firma bekommen. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt hier auf das sogenannte PEG, nicht auf das PE. Das ist Price-Earnings, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern wir schauen uns das PEG an, nämlich das Price-Earnings-Growth-Ratio. Also das heißt, das Wachstum, die Wachstumsaussicht, die dort eben im Bereich Künstliche Intelligenz sich offenbart. Und ausgehend hiervon ist nicht gesagt, dass wir von den derzeitigen Niveaus noch weiter auf der Oberseite laufen. Auch wenn ich sagen würde, auch wenn ich sagen würde, wie gesagt, das bezieht sich jetzt auf längerfristige Engagements, sagen wir mal längerfristig in dem Fall die kommenden zwölf Monate, dass ich denke, es gibt wesentlich attraktivere Wachstumstitel, ausgehend von dem Kurspotenzial und ausgehend von den Chancel-Risiko-Verhältnissen. Ich denke, dass das Chancel-Risiko-Verhältnis für NVIDIA zunehmend unattraktiv wird auf den derzeitigen Kursniveaus. Demnach würde ich zwar einen Titel, den ich im Portfolio hielte, halten, aber ich würde ihn nicht weiter aufstocken, sondern gehe davon aus, dass andere Titel, nehmen wir mal zwei Titel, die mir jetzt spontan einfallen, eine Tesla zum Beispiel oder auch eine Enphase vielleicht sogar ganz besonders, ausgehend von ihrem Revenue-Growth, vom Umsatzwachstum und auch den entsprechenden Bereichen, in denen sie tätig sind. E-Mobilität, Querstrich, regenerative Energie im Hinblick auf, oder Energiespeicher im Hinblick auf Tesla beispielsweise, im Falle von Enphase eben Solarenergie beispielsweise und das Versorgen von privaten Haushalten mit den entsprechenden Modulen hier, dass das wesentlich vielversprechender ist und auch von den Entwicklungen über die letzten Jahre, über die letzte Dekade vielleicht schon im Falle von Enphase einfach mal Revenue-Growth googeln, und dann wird man sehen, auf den Kursverfall der jüngeren Vergangenheit, die Wachstumsaussichten nicht mehr bestätigen oder leicht unter der Erwartung bleiben, haben wir aber dennoch ein gesundes Unternehmen, welches fast parabolische Revenue-Growth sieht. Das ganz kurz vielleicht an dieser Stelle, also ein Video aus der Perspektive nicht, Chancelisiko-Fällen ist technisch interessant, aber dennoch, das heißt nicht, dass die Earnings nicht dennoch herausragend waren und auf die blicken wir jetzt ganz kurz. Adjusted EPS, bereinigter Gewinn pro Aktie, 2,70 Dollar gegen 2,07 Dollar erwartet, also deutlich über die Erwartung, Revenue, wir erinnern uns dran, das war die Kennzahl, die 60% über der Erwartung der Wall Street lag vor drei Monaten und jetzt nochmal über dem reingekommen ist, was man seitens NVIDIAs projiziert hatte. Die Erwartung lag bei 11,04 Milliarden, jetzt bei 13,51 Milliarden. Data Center Revenue 10,32 Milliarden gegen 7,98 Milliarden. Gaming Revenue, immer auch berücksichtigend, NVIDIA baut die Grafikkarten, die in unseren Laptops beispielsweise verbaut sind und trotz des Umstandes, dass wir hier einen Rücklauf sehen oder beziehungsweise eine unterdurchschnittliche Nachfrage vielleicht besser, durch Rezession, durch den konjunkturellen Gegenwind und durch auch entsprechende Veränderungen im Konsumverhalten insgesamt, sehen wir dennoch im Gaming Revenue von 2,49 Milliarden gegen 2,38 Milliarden und besonders hier der Q3 Revenue, 16 Milliarden plus minus 2% gegen 12,5 Milliarden, was auch schon eine deutliche Anpassung auf der Oberseite seines der Wall Street ist und die wird nochmal um 25,30% übertroffen. 25 Milliarden Aktienrückkaufprogramm, denke ich, ist nicht relevant. Sie ist natürlich ein Schmankerl für Investoren, logischerweise, aber nichtsdestotrotz, wir reden von einer Firma mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion. Das wäre ausdrucksstark, wenn es irgendwie 5, vielleicht sogar 10% der Marktkapitalisierung wäre. 25 Milliarden ist eine Menge, ja, steht außer Frage, aber es ist in Relation zur Marktkapitalisierung nicht wirklich aussagkräftig. Aber nochmal, ein Schmankerl, Mini-Schmankerl, wir nehmen, was wir kriegen können als Investoren. Und darunter, hier habe ich auch noch die EPS Guidance, der Gewinn pro Aktie und die Guidance zwischen 3,17 bis 3,47 erwartet wurden, hier 2,29. Also, lange Rede, kurzer Sinn, crushing. Das ist mega stark und demnach überrascht auch nicht, dass wir in den After Hours hier einen Gap sehen von 6,58%, 18,7 Millionen Stücke. Die Aktiepotenzial heute super heiß. Und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, wie könnten wir das traden, beziehungsweise welche Level sind von Interesse? Insgesamt hält sich das Bild ja weiter auf im Hinblick auf den Nasdaq. Das heißt, hier haben die Bären jetzt zunächst einmal das Ruder wieder abgegeben an die Bullen und es sieht eher danach aus, dass wir eine ausgeprägtere Gegenbewegung vielleicht noch zu sehen bekommen. Das heißt nicht, dass wir nicht kurzfristig mal einen Rücksetzer sehen, aber das übergeordnete Umfeld hält sich auf und das ist etwas, was eigentlich positiv für die Aktie ist. Wenn man sich jetzt hier in der Nachbörse die Price Action anschaut, die haben wir jetzt hier nicht eingefangen, aber nichtsdestotrotz, man glaube mir es einfach, wir haben einen kurzen Drive Richtung 5,20 gesehen, das sind die nachbörslichen Hochs und sehen jetzt einen Rücksetzer und der durchschnittlich auf die gestern veröffentlichten Earnings dann bezahlte Preis liegt bei 505, 506 Dollar ungefähr. Das ist der auf diesen Earnings Release geankerte, volumengerichtete Durchschnittspreis. Wir handeln aktuell marginal drunter und das ist für uns heute die Referenz für den heutigen Handelstag, also Intraday, für State Trading. Das bedeutet, sind wir in der Lage über 505, 506 zurückzulaufen? Drüber zu halten, wäre sehr wahrscheinlich, nicht, dass wir auch innerhalb eines im Burger-Owned-freundlichen Umfeldes, weil Nvidia natürlich auch auf andere Tag-Titel positiv ausstrahlt, die im Bereich KI unterwegs sind, sei es eine AMD, sei es auch eine Microsoft an der Stelle beispielsweise, dass das durchaus in der Lage, dann ist oberhalb von 500, 5,506 Dollar, dass wir nochmal rund zur Richtung 520 aufmachen. Halten wir unterhalb? Droppen wir vielleicht sogar unter 500 erstmal rund und rund gesprochen würde ich sagen 497 US-Dollar? Wäre nicht auszuschließen, dass wir einen Rücksetzer zu sehen bekämen, wenigstens bis in Gefilde der ehemaligen Hochs, die hier ausgebildet worden sind, um vielleicht 480, vielleicht 485. Ich würde erstmal ein konservativeres Kursziel, weil die Zahlen so stark waren, annehmen und würde sagen 485 wäre dann ein anzuvisierender Zielbereich. Aber ja, das wäre ein Überblick darüber, welche Level sich anzuschauen sind. Starke Earnings, eher Bullish, oberhalb von 500, 5,506 nochmal Potenzial bis 520, unterhalb von 4,97 dann an der Stelle halten, unterhalb von 500, 4,97 würde ich sagen, haben wir vielleicht einen Lauf in Richtung der 4,580. Tendenz geht mit größerer Wahrscheinlichkeit. Ich würde mal sagen 65%, ich würde auch höher gehen, aber wie gesagt, wir sind schon so weit gelaufen. Aber geht eher zur Long-Seite im derzeitigen Umfeld. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Und ja, vielleicht schauen wir morgen drauf, hier gemeinsam mit XDB zum guten Morgenbörse. Happy Trading. Passt auf die Sobs auf, habt euch wohl. Bis dann und tschüss. Bis dann und tschüss.